Leute, heute habe ich einen Spitzentipp für Loba und ihre taktische Fähigkeit. Sollte meiner Meinung nach auch zum kleinen 1x1 gehören. Und zwar, wie man den Port richtig einsetzt. Man sollte eben nicht den Ring einfach nur schmeißen und warten, bis es vorbei ist, bis der Teleport quasi final passiert ist, sondern einfach, genauso wie es hier in Rank passiert, mit einem Teammate. Ich bin schon draufgegangen. Jetzt kommt gleich der Beschuss von Gegnern. Und der Kollege sieht hier ein gutes Cover. Geht kurz aus dem Cover raus, schmeißt den Ring, geht wieder in Deckung, sodass er in dieser Situation nicht runtergeschossen werden kann. Also der Tipp dahinter, sucht euch, nachdem ihr den Armreif geworfen habt, sofort irgendwo noch eine Stelle, wo ihr euch hinhocken könnt, falls ihr unter Beschuss steht, sodass der Teleport auf final passieren kann, ohne dass ihr vorher runtergeschossen werdet. Weil die Flugzeit, wenn du nicht gerade den Teleport abbrichst oder den schneller passieren lässt, dauert ultra lange und so könnt ihr verhindern, dass ihr noch von Gegnern runtergeballert werdet.